Moin, oder Abend, guten Abend aus dem Emsland. Bevor es jetzt zu dunkel wird, wollte ich euch zeigen, auf dem Rückweg habe ich die erste Tour gemacht, oder auf dem Herweg hier ins Emsland, und habe schon mal einen Satz Ulmen geholt, sodass diejenigen, die bestellt haben, erstmal zufrieden sein können. Die werden dann morgen entsprechend verpackt und über Nacht jetzt erstmal in Wasser eingestellt. Das war eine ganz schöne Rackerei, vor allen Dingen während der Fahrt, oder zwischendurch, als Pause gedacht, sozusagen. Ja, das waren drei Stunden Arbeit. Ich habe ein bisschen mehr mitgebracht, als das, was nachgefragt wurde, und habe auch noch vor, ein paar Lärchen zu kommen. Das ist für heute erstmal ein kleiner Zwischenbericht, und ihr seht, es sind recht kapitale Burschen. Ich werde noch ein bisschen was dran schneiden, ein bisschen auslichten. Ich habe, glaube ich, sogar, oder ich habe, Grundverschluss dabei. Dann kann es im Grunde hier, bevor ich morgen jetzt den Versand ankurbel, Soweit ich weiß, habt ihr alle schon eure, na, Sendungsnummern von DHL. Ich muss nur mal gucken, wie ich das hier mache, ob ich das hier zum Postamt oder zu Briefe oder sonst was bringen kann, zum Verschicken. Ich habe mir alles eingepackt, und werde dann, und auf dem Rückweg, dann werde ich Andreas in Osserbrück besuchen, der hat nämlich wieder Kartons für mich gesammelt, und das wird jetzt langsam knapp. Dann machen wir das einfach. Okay, schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal.